Ich heiße Bianca. Macht Platz! Mein Auto ist stecken geblieben. Das Rad steckt fest. Hilfe! Hilfe! Hallo! Wir trinken Tee. Tee! Ich will mit Limette. Und ich mit Orange. Hilfe! Hilfe! Wer schreit denn da? Mia! Ihr Auto steckt fest. Wir retten sie. Stiefel anziehen. Und Regenmantel. McQueen! Los! Mach den Regenmantel zu. Sonst wirst du nass. Wo ist das Auto? Mia, sei nicht. Wir helfen dir. Das Auto schubsen. Das Auto schubsen wir nach Hause. Schwer! Hilfe? Ja! Mia! Drück aufs Pedal und wir schubsen. Oh, wie schwer! Es klappt nicht. Wir rufen den Automechaniker. Adrian? Was? Komm schnell! Ich komme schon. Ein Auto steckt fest? Ich helfe gleich. Ich helfe gleich. Hierher! Schneller! Ihr werdet nass! Und noch! Und noch! Und noch! Und! Danke! Oh, mein Rücken tut weh! Adrian, komm nach Hause! Wir helfen dir! Okay! Die Regenmäntel werden trocknen. Und wir heilen Adrian! Adrian, komm her! Leg dich hin! Danke! Was tut weh? Der Rücken! Willst du einen Thermometer unter den Arm? Ja! Ich frage mich, ob der Patient Fieber hat. Was? Gib mal das Thermometer! 36,6! Spritzen vielleicht? Wir brauchen eine Creme! Mit einer Creme! Ein Creme! Und ein Blaster! Eins! Zwei! Und ein Blaster! Wie geht's dem Rücken? Besser! Klasse! Lasst uns Tee trinken! Danke! Danke! Mmmh! Diesmal trinke ich einen Apfeltee! Ich presse Limettensaft aus! Bianca, mit was trinkst du? Mit Wassermelonen! Danke, dass ihr mich gerettet habt! Gern geschehen! Gern geschehen! Hast du Spaß gehabt? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Tschüss! 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 Musik 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 Musik